Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sie sehen hier die Okklusions-, also die Mischfront schon sehr angekringelt. Das ist die Front, wo die nachfolgende Kaltfront, die vorlaufende Warmfront schon eingeholt hat. Also ein altes Tiefortsfest. Hier entsprechend die Kaltfront zu sehen und das wird uns beschäftigen, weil uns immer wieder feuchte und eben auch kühle Luft geschickt wird. Und wenn man auf den Radarfilm guckt, dann sieht man eben diese ganzen Schauer, drum sprach ich eben von Aprilwetter, die von Nord nach Süd über dem Land unterwegs sind und sich hier über dem entsprechenden Tiefkern einkringeln. Und Neues kommt hier schon wieder von der Ostsee her. Deswegen wird es in der Nacht hier auch immer wieder zu neuen Regenschauern kommen. Die Alten ziehen ein bisschen weiter nach Süden. Zwischendurch gibt es auch mal Pausen, kurzes Aufklaren. Die Temperaturen morgen früh meistens nach Nordwesten zwischen 13 und 16, sonst 7 und 12 Grad. Und der morgige Tag, der startet schon wieder wechselhaft. Insbesondere im Westen kräftigere Schauer unter dem Tiefkern im Feld von Brandenburg. Durchaus mal ein bisschen sonniger, auch in Berlin. In Richtung Nachmittag hier aber Schauer und Gewitter. Durcheinander geht weiter, Nord- und Ostsee eher mal länger trocken. Und Nachmittagstemperaturen im Allgemeinen zwischen 15 und 20 Grad an der Saale, gerade mal 13. Der Wind aus nördlichen Richtungen, frisch im Küstenumfeld. Und das sind die Aussichten, es geht einfach so weiter, wie es bisher war. Vielleicht kommen wir wieder knapp über die 20 Grad Marke. Und jetzt gehen wir weg von 20 Grad. Gucken Sie mal das an. Das ist Winter. Atacama-Wüste in Chile, das ist der Ort El Salvador. Und dort hat es einige Zentimeter geschneit. Das Besondere, und hier konnten sogar die Kinder ein bisschen Schneemänner bauen, Masken anziehen, Freude haben. Und Wind war auch noch dabei. Und das Beachtliche in dieser Region, da fällt normalerweise kaum Niederschlag. Atacama-Wüste im August 2,3 Liter, im Normalfall 15 im ganzen Jahr. Und jetzt fast alles, was ins Jahr gehört, ist dort an einem Tag gefallen als Schnee. Vergleichen Sie das mal mit den Zahlen bei uns von Köln. Damit einen schönen Abend. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.